Bravissimo, das Pasta-Koch-Duell. Promi gegen Foodblogger. Wer setzt das Rezept kreativ um und wer wird vom Gegner weichgekocht? Beide buhlen um die Gunst des Coats und des Publikums. Und Fussballstar Jan Sommer kennt die besten Pasta-Koch-Tipps. Bravissimo, freitags 19.55 Uhr in Sat.1 Schweiz. Bravissimo wird präsentiert von Barilla. Bravo für dich.